Was haben Sie hier? Ja, das ist nah dran. Also noch nachher kann ich sie nicht mehr kriegen. Wie war ich hier? Wie weich hier sitze? Das ist nur ein Mann hier, vier Mannchen. Ist das auch so? Ja, wie viel von den Affen ist nur ein Mann hier? Achso. Du bist schon wieder hier an Pücken hier, ne? Kannst du das mal in Ruhe lassen, dir? Das ist der Affe, das ist die Oma, die ist ein Schwanz. Ist das so interessant hier? Wie viel sind das insgesamt? 13. Das ist eine Familie. Oma, Töchter, Elke, Köln. Na, Anni, so eng kann ich ja gar nicht. Das sind von 30 Jahren für die Teenager. Ganz Kleiden. Die sind da so, die sind die, die sind die. Oh, Mann. Das sind neun Stiefen. Ist die Hose? Da hinten ist mein Hinterloch, da brauchst du nicht hin. Die sind frech, die kennen die Menschen. Die haben keine Angst vor Menschen. Vielen Dank.